In diesem Video präsentieren wir 16 Tipps, um euch wie Profis auszurüsten und euer Equipment vom Spielstart bis zum Ende deutlich schneller zu verbessern. Beginnen wir. Das allererste auf der Liste ist das Ausrüstungsspringen. Zu Beginn des Spiels ist das nicht so entscheidend, da ihr viel zugeworfen bekommt. Ihr verbringt nicht viel Zeit damit, alles perfekt aufzurüsten. Im Endgame wird es wichtiger, heilige und schließlich Ahnengegenstände zu bekommen. Jedes Mal, wenn ihr ein gutes Stück erhaltet und es für euren Build vorbereiten wollt, müsst ihr eine Reihe von Dingen tun. Ich betrachte das Endgame momentan mit der maximalen Gegenstandsstärke von 925. Wenn ich starte, möchte ich mein erstes Paar von Ahnengegenständen anlegen. Ich denke noch nicht über das perfekte Aspekt darauf nach, da ich ein höheres Level erreichen werde. Dann suche ich nach etwa 860. Das ist ungefähr die Stärke, die ich anpeile. Und dann mache ich den nächsten Sprung. Der wird zu 925 sein. Ich werde das Beste nehmen, was ich für diesen Platz bekommen kann, ohne kleine Änderungen vorzunehmen. Dann warte ich auf ein 925er, das es ersetzen kann, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Ein Beispiel. Als ich zum ersten Mal in Weltstufe 4 kam, fand ich 860er mit Geistwandler genau das, was ich wollte. Es war ein perfekter Wurf von Geistwandler, der alles bot, was ich brauchte. Mit einem 925er Paar dieser Stiefel konnte ich das Attribut auf das Neue übertragen, was eine ideale Kombination für meine Bedürfnisse darstellte. Es bot Beweglichkeit, Geschwindigkeit und war insgesamt ein solides Paar. Also, ich habe diese hier. Obwohl die meisten meiner Ausrüstungsteile bereits 925 sind, habe ich noch keinen vergleichbaren Stiefel zum Wechseln gefunden. Einige habe ich gesehen, die 880er, 890er sind. Aber ich warte lieber auf welche mit 920, 929. Das führt uns zum nächsten Punkt. Wir versuchen, Ressourcen zu sparen und unsere Ausrüstung dennoch zu optimieren. Angenommen, wir finden endlich einen seltenen Gegenstand mit 3 Affixen, von denen nur einer neu ausgewürfelt werden muss. In welcher Reihenfolge gehen wir dann vor? Verzaubern wir ihn zuerst? Fügen das gewünschte Attribut hinzu? Setzen die Sockel ein? Oder werten ihn auf? Ich gebe euch meine Empfehlung, die ich immer wieder getestet habe, um zu sehen, was funktioniert und warum. Damit ihr versteht, warum wir jede Sache in der Reihenfolge tun, die wir tun. Also, das allererste, was wir machen wollen, ist das Umrollen im Verzauberungsbereich. Es gibt zwei Gründe dafür. Oftmals. Wenn ihr wirklich perfekte Ausrüstung anstrebt, wenn ihr dieses großartige Teil ergattern wollt, dann wollt ihr, dass alle vier Aspekte wirklich für euren Bild arbeiten. Und wenn einer davon völlig abweicht und keinen Sinn ergibt, dann ist es der erste Schritt, diesen in etwas Sinnvolles umzuwandeln, um die Ausrüstung wirklich erstklassig zu machen. Der zweite Punkt ist, dass wenn ihr Verzauberungen umrollt, also wenn ihr beim Okkultisten seid und versucht, einen Gegenstand immer wieder zu verzaubern, wenn dieser bereits einen Aspekt darauf hat, Nun, wenn er mit einem Aspekt darauf droppt und er ist bereits legendär, dann ist das in Ordnung. Wenn ihr eine seltene Qualität umrollt, entfallen die zusätzlichen Kosten. Teufelsrosen verursachen Kosten beim Versuch, eine legendäre Qualität zu erhalten. Durch den Austausch gegen eine seltene Qualität entfallen die Kosten. Daher ist es ratsam, seltene Gegenstände zu nutzen, um die gewünschten Affixe zu erhalten und die Gegenstandskraft zu verbessern. Oft ist dies die beste Option. Als nächstes nehmen wir es und es gibt wirklich keinen Kostenunterschied. Jetzt, da ich die vier Affixe habe, die ich wollte, ist es Zeit für ein Upgrade. Ich gehe einfach zum Schmied, verbessere das und dann komme ich zurück und lege es wieder dem Okkultisten vor, um das Aspekt zu prägen, das ich suche. Auf diese Weise wird der Gegenstand zum ersten Mal legendär. Und das Einzige, was tatsächlich anders kostet, wenn du die Legende machst oder wenn sie legendär ist, ist diese Neuzuweisung der Verzauberungen, dann tun wir das, wir bringen das an. Und jetzt ist unser Gegenstand fast fertig. Es gibt noch einen letzten Schritt, der nicht für jeden Gegenstand gilt. Bei solchen mit Sockeln fügen wir definitiv fehlende hinzu und füllen sie entsprechend. Das bringt mich zu Punkt 3, einem meiner Favoriten, da es die Zeit im Spiel ist, die mir am meisten Spaß macht. Nach Abschluss eines Meilensteins, normalerweise auf so niedrigem Level wie möglich, perfektioniere ich mein Build in Weltstufe 4. Je schneller ich durch Weltstufe 3 komme und in Weltstufe 4 ausgerüstet bin, desto eher kann ich nach Teilen suchen, die meine Ausrüstung kompletieren. Der Übergang zu einer neuen Weltstufe birgt eine Herausforderung, da man mit schwächerer Ausrüstung aus der vorherigen Stufe unterwegs ist und heilige Gegenstände benötigt. In Weltstufe 4 müssen Ahnengegenstände gesammelt werden, was einen Nachteil darstellt und die Herausforderung erhöht. Aber was ist das Erste, was du tun willst? Nun, das ist eine passende Waffe zu beschaffen. Also, was auch immer du tun musst, um Waffendrops zu bekommen, sei es heilig oder ähnlich, das verschafft dir den größten Vorteil, denn es steigert deinen Schaden enorm. Wenn du zumindest in der Lage bist, Dinge zu töten, selbst wenn du dabei fließt und kämpfst, kannst du anfangen, genug zu töten, um entweder Asche in den Höllenfluten zu sammeln oder wirklich genug Monster zu erlegen, um die Drops zu sehen, die du für die andere Ausrüstung brauchst, die du sammeln möchtest. Also, wenn wir in eine neue Weltstufe eintreten, haben wir gerade etwas abgeschlossen. In der Regel, und das ist das Beenden des Meilensteins, dass es uns erlaubt, diese Ebene freizuschalten. Was also tust du für die Ausrüstung, kurz bevor du einen Meilenstein erreichst? Es ist nicht ratsam, in der Anfangsphase, in Weltstufe 1 und 2, viele Ressourcen für jedes Teil aufzuwenden, da die Ausrüstung oft ausgetauscht wird. Was tust du, um dich vorzubereiten? Im frühen Spiel versuche ich nicht, perfekte Ausrüstung zu haben, sondern eine stärkere Waffe und mehr Rüstung zu erhalten. Also mehr DPS und Rüstung. Das ist alles. Überlebensfähigkeit. Wenn ich also den ersten Meilenstein erreiche, versuche ich normalerweise nicht, mich auf Widerstände oder ähnliches zu spezialisieren. Ich versuche nicht, jedem Gegenstand ein Merkmal zu geben, ich will einfach nur so schnell wie möglich durch den Meilenstein kommen. Also werde ich in Weltstufe 1 und 2 alles ersetzen, was auch nur geringfügig besser ist, bis ich am Ende angelangt bin. Es könnte ein Merkmal geben, das meinem Bild wirklich hilft und es mir ermöglicht, den Meilenstein noch früher zu schaffen. In manchen Fällen habe ich den Meilenstein 1 schon unter Level 50 oder was, 40 unter. Ich denke, 37 ist das Niedrigste, dass ich es geschafft habe, allein ohne Gruppe oder so. Das lag daran, dass einige Kernaspekte des Builds wirklich zusammengepasst haben. Meistens habe ich viele Rares und einige Aspekte, die meinem Build nichts bringen. Also das Erste, was ich mache, ist, mich darauf einzulassen. So um 40 herum fange ich an, mich wirklich auf die Ausrüstung zu verlassen. Wenn keine verrückten Änderungen anstehen, bleibe ich dabei und rüste alle Teile vollständig auf, besonders wenn ich alleine unterwegs bin. Aber wenn es mein Zweitcharakter ist, dann bin ich eher bereit, das zu tun, weil die Ressourcen leichter zu beschaffen sind und das Endspiel erreicht ist. Wenn nicht, bringe ich es mindestens auf Stufe 3. Also werde ich alles auf Stufe 3 aufwerten. Dann werde ich prüfen, ob ich Aspekte aus meinem Kodex der Macht anlegen kann, die meinem Build wirklich helfen. Alles, was mir nicht hilft, werde ich ersetzen und alles ohne Aspekt werde ich neu gestalten, um meine Optionen zu überprüfen. Natürlich bringt es keinen Vorteil, wenn man nur eine Handvoll davon hat. Es hat keinen Sinn, es auf zwei Teile aufzubringen. Man sollte wirklich nur eines nehmen, offensichtlich, denn im Grunde wird es das andere ohnehin überschreiben. Jetzt haben wir also ein Ausrüstungsset, das es uns ermöglicht, ziemlich gut durch den Höhepunkt zu kommen. Ich mache nichts mit Edelsteinen. Es lohnt sich nicht, es sei denn, es gibt bereits einen Slot. Ich werfe einen Edelstein hinein, denn wenn man es zerlegt, bekommt man den Edelstein zurück, kein großes Ding, aber ich werde keinen Slot hinzufügen. Nummer 5 ist quasi eine Ergänzung zum Sprungmechanismus, bei dem wir nicht jeden kleinen Schritt mitnehmen. Im Endgame hast du die beste Chance, die hochwertigsten Affixe zu bekommen. Unterwegs erhältst du Gegenstände mit Item Level 925. Wenn sie nicht 925 sind, gibt es eine niedrigere Spanne. Jede Stufe darunter bietet eine immer kleinere und geringere Spanne dessen, was das Affix sein könnte. Wenn du das Beste willst, musst du auf die 925er abzielen. Zu bestimmten Zeiten im Spiel, wie während mancher Saisons, hat praktisch jeder Boss 925er fallen lassen. Du konntest den Weltboss bekämpfen und 925er erhalten. Aktuell im Spielstand und man sollte immer wissen, wie das gerade ist. Aber deine beste Chance ist es, Duriel-Läufe zu machen. Also wenn du entweder jemanden hast, der dich durchzieht oder du selbst einsteigst, solange du das Material hast, um ihnen zu helfen, damit sie selbst mehr Läufe machen können, dann ist das der beste Weg, um an 925er zu kommen. Und genau dort solltest du viel Zeit verbringen. Wenn du genug Ahn-Gegenstände hast, wenn nicht alles Ahnen-Qualität hat und du deine Ausrüstung auf Spitzenlevel bringen willst, verschwende deine Zeit nicht mit den kleinen Dingen zwischendurch. Konzentriere dich auf die großen Herausforderungen, besiege Duriel tausendmal und hol dir die Teile, die du haben willst. Das nächste, was ich dir zeigen möchte, das ist eine der Sachen und das ist einfach eine Art von Sortierung, die ich oft mache. Denn während du durchläufst, willst du nicht viel Zeit damit verbringen, sicherzustellen, dass alles perfekt ist. Wenn etwas so aussieht, als könnte es gut sein, wirst du es im Allgemeinen in deinen Beutel werfen, um es später zu behalten. Also was ich dann mache, ist letztendlich, dass ich auf einem Haufen Waffentypen der Sache sitze, wie meine Hauptwaffe oder welche Gegenstandsarten auch immer vom gleichen Typ. Und ich werde viele seltene Gegenstände darin haben. Wahrscheinlich habe ich gründlich aufgeräumt, also werden wir nicht viel sehen. Aber wenn ich viele seltene Gegenstände habe, um Platz im Beutel zu sparen und sicherzustellen, dass ich nur wirklich gute Sachen mitnehme, wenn ich einen seltenen Gegenstand habe, der wirklich gut aussieht, ein 925er mit drei Affixen, die ich will und nur eines fehlt, dann sehe ich einen anderen Gegenstand um die 860, der nur zwei Dinge hat, die ich will. Ich muss den anderen seltenen Gegenstand nicht behalten. Ich kann ihn zerlegen und entsorgen. Er mag im Vergleich zu meinem aktuellen Projekt gut ausgesehen haben, aber ich brauche nur ein gutes seltenes Stück, um mein volles Teil aufzurüsten. Es sei denn, es wird zu teuer, wenn ich zum Verzaubern gehe und immer wieder versuche, genau das zu bekommen, was ich möchte. Ich könnte eine Zweitwahl haben, aber ich will nicht auf 68 heruntergehen, um das zu machen. Ich warte auf einen weiteren 925er, vergleiche sie erneut und behalte nur den besten seltenen Gegenstand. Wir sind jetzt bei Punkt 7 und das bedeutet, dass man nicht alle Aspekte sammeln sollte. Ich verstehe, dass es eine Herausforderung ist. Zu Beginn scheint es, als hätte man unendlich viel Platz im Beutel. Wenn man sich jedoch auf eine Klasse beschränkt, ist das noch machbar. Doch früher oder später wird der Platz knapp. Wenn man versucht, perfekte Aspekte von allem zu ergattern, ohne darüber nachzudenken, was wirklich nützlich ist, endet man nur damit, den Beutel zu füllen und ständig zu sortieren. Es ist besser, die besten Aspekte zu nutzen und zu wissen, welche für deinen spezifischen Build von Bedeutung sind. Also kannst du die einfach zerlegen. Du musst deine Zeit nicht verschwenden. Manchmal, wenn du mehrere Builds für dieselbe Klasse erstellen möchtest, musst du vielleicht auch die Aspekte überprüfen, falls dich das interessiert. Wenn du also im Voraus weißt, welche Aspekte das sein könnten, die entweder für den aktuellen oder zukünftigen Builds mit dieser Klasse nützlich sein werden, sind das die einzigen Dinge, die du behalten solltest. Alles andere kannst du getrost zerlegen und dir das lästige Sortieren ersparen. Das gilt auch, wenn du einen anderen Build machst, zum Beispiel mit einer anderen Klasse und du einen perfekten Aspekt für diese Klasse hast. Wiederum, zu wissen, welchen anderen Build du planst, macht Sinn. Wenn du es nicht weißt und sicherheitshalber alles mitnimmst, endest du nur damit, viel Zeit mit Taschensortieren zu verbringen, anstatt zu spielen. Also, wenn du zu dir selbst sagst, hey Joel, ich habe einfach keine Ahnung, welche Aspekte ich behalten soll, um das herauszufinden. Du kannst diese Entscheidung zwar unterwegs treffen, aber sobald du merkst, hey, das wird einfach kein Teil meines Builds sein, es wird in keiner Variation meines Builds eine Rolle spielen, dann fang an, diese zu zerlegen und lass sie fallen, besonders, wenn du haufenweise davon bekommst. Wenn du immer wieder dasselbe siehst, viele Schutzaspekte hast und diese nicht verwendest, dann zerlege sie einfach. Spare dir den ganzen Platz. Profis machen vor jeder Saison etwas, um genau zu wissen, welche Aspekte wichtig sind, auch für verschiedene Builds oder Klassen. Das wird dir enorm helfen. Tipp Nummer 8. Die besten Taktiken für die Favoritenfunktion. Anfangs konnte man in Diablo nichts favorisieren, aber jetzt geht es. Wie nutzen wir das? Wie nutzt man das am besten? Normalerweise markiere ich als Favoriten, was mir in meiner Tasche gefällt. Anfangs dachte ich, alles, was mir gefällt, markiere ich als Favorit. Wichtiger ist es jedoch, nur die Dinge zu markieren, die du verschrotten willst. So kannst du mit einem Klick alles vernichten, egal ob legendär, selten oder was auch immer. Du kannst alles mit einem Klick beim Schmied zerlegen und die Teile gewinnen. Wenn du jedoch anfängst, alles andere zu favorisieren, hast du nur eine Tasche voller Sachen. Die Favoritenfunktion verliert dann an Bedeutung, da alles in deinem Lager als Favorit markiert ist. Eine der besten Taktiken, die ich anwende, ist, Dinge als Favoriten zu markieren, die ich für mein Build verwenden werde. Wenn ich dir sage, wähle das beste, seltene Stück aus, dann ist das das Einzige, was ich als Favorit markiere und nichts anderes. Wenn ich ein perfektes Rollenaspekt habe und noch nicht bereit bin, es in den Aspekt des Abdrucks selbst zu zerlegen, dann markiere ich nur das als Favorite. So weiß ich später, dass diese für Dinge vorgemerkt wurden, die ich wirklich in meinem Build verwenden möchte. Dinge, die ich für das höchste Niveau halte, falls ich etwas besseres finde. Angenommen, ich bekomme eine mittelmäßige Rolle eines Aspekts und dann finde ich eine perfekte. Dann könnte ich den mittelmäßigen entmarkieren und meinen Favoriten markieren. Vielleicht markiere ich beide als Favoriten, weil ich eine Sicherungskopie haben möchte, aber das liegt dann ganz bei dir. Im Grunde nutzt du Favoriten nur für Dinge, von denen du weißt, dass du sie verwenden möchtest und die du nicht zerstören willst. Zumindest zu diesem Zeitpunkt im Spiel denkst du, das zerstöre ich niemals. Das werde ich definitiv verwenden. Dort solltest du deine Favoriten einsetzen. Nummer 9 hat mir geholfen, mein Endgame-Spiel viel schneller zu machen, weil ich mir keine Sorgen machen muss, alles aufzuheben, selbst die richtigen Dinge. Aber was ich wissen musste, ist, welche Dinge, die am Boden liegen, automatisch in mein Lager geschickt werden und was nicht. Anfangs war mir das nicht immer klar, also war ich etwas besorgt und dachte, das sollte ich besser aufheben. Sie heben die wichtigsten Dinge hervor, die automatisch ins Lager wandern. Was gehört also am Ende des Tages zu dieser Liste? Nun, du bekommst deine Legendaries. Für die meisten von uns ist offensichtlich das, wenn du deine Legendaries nicht aufhebst, das großartig ist. Wenn du viele Albtraum-Dungeons durchläufst und einfach durch Common Willst, hebst du keine Raris auf, da die meisten sowieso mit 860 rollen und du versuchst, dein Build auf 925 zu finalisieren. Also musst du wirklich Bosskämpfe machen. Dann lässt du einfach die Legendaries auf dem Boden liegen und sortierst sie zurück in deine Tasche, um sie dort zu greifen und hineinzuwerfen. So hebst du keine Sachen auf, läufst nicht zurück, um den markierten Gegenstand zu holen. Es wird auch Uniques einschließen, also das ist großartig. Bei allen einzigartigen Gegenständen wird dasselbe passieren. Und die letzten drei Dinge sind wirklich nur alles, was du machst. Für dein Pferd. Also die verschiedenen Reit-Tiere, die du bekommen kannst, die verschiedenen Dinge, die du auf ihren Rücken wirfst, kleiner Reit-Tro-Fan. Also, das sind die fünf Dinge, die automatisch in dein Lager gebracht werden, egal ob du sie aufhebst oder nicht. Aber du hast die Möglichkeit, bis zu 10 gleichzeitig zu speichern. Also solltest du sie wirklich einsammeln. Achte darauf, dass sie nicht überlaufen und sich gegenseitig überschreiben. Wenn du regelmäßig hingehst, sie aufnimmst und in dein Lager legst, sparst du viel Zeit. Wir sind bei Nummer 10 und es geht darum, Bauanleitungen zu verwenden. Nicht im Sinne von Schritt für Schritt folgen, sondern sie als Ressource zu nutzen. Egal, ob du ihnen direkt folgst, wenn dir das Spaß macht oder ob du dein eigenes Ding durchziehen willst. Eines der wichtigen Dinge beim Ausrüsten ist, zu schauen, was für verschiedene Builds häufig verwendet wird. Manchmal gibt es einen Aspekt, der deinen Build wahnsinnig stark wirken lässt. Und wenn du versuchst, das alles alleine herauszufinden, anstatt die Ressourcen von allen zu nutzen, die hunderte von Stunden in diese Build-Guides stecken, lässt du dir eine Chance entgehen, dich selbst extrem stark zu machen. Cool. Also, wir sind bei Tipp Nummer 11. Hoffentlich findet ihr das richtig wertvoll. Denkt daran, selbst nur ein oder zwei Dinge, wenn ihr sie bisher nicht verwendet habt, können euer Gameplay erheblich verbessern. Also machen wir weiter. Wir beginnen im Endgame. Ich empfehle dringend, dass wir bei Händlern nach möglichen Affixen suchen, die wir brauchen. Denn am Ende geht es wirklich darum, drei von vier Affixen genau für euren Build zu finden. So könnt ihr das wirklich fein justieren. Wenn ihr ins Endgame kommt, schaut bei den Händlern vorbei, nur um zu checken, hey, haben die etwas? Hat es ein ausreichend hohes Gegenstandsniveau? Und hat es die Affixe, die ich suche? Das kann euch eine weitere Chance geben, Ausrüstung zu finden, die ihr wirklich wollt. Also Punkt 12 ist nicht das Spielen um Ausrüstung, sondern um Aspekte. Denn selten bekommt man beim Spielen im Endgame etwas, das wirklich etwas taugt. Aber es ermöglicht euch, die Kontrolle zu übernehmen und gezielt nach einem bestimmten Aspekt zu suchen. Wenn wir also hierher kommen und schnell im Kodex der Macht nachschauen, werdet ihr oben bemerken, wie wenn ich einfach auswähle, ich bin beim Okkultisten. Lasst mich das hier schließen, damit ihr es sehen könnt. Aber ich klicke hier, um zum Kodex der Macht zu gelangen. Wir haben diese Typen, wir haben Verteidigung, Angriff, Ressourcen, Hilfsmittel und Mobilität. Also selbst wenn sie nicht im Kodex der Macht sind, gehört jeder Aspekt zu einem dieser Typen. Also selbst wenn wir nochmal schauen, hier bei den Aspekten, die ich aufgeschlüsselt habe, haben auch die Aspekte ihre Typen. Dieser hier ist ein Angriff, dieser ein Mobilität, dieser ein Hilfsmittel, dieser eine Verteidigung. Er hat einen Schild, er hat die Axt, er hat die Flügel, hat die kleine Falle. So können wir es hier tatsächlich erkennen. Wenn du also weißt, wonach du suchst und welcher Typ es ist, dann kannst du gezielt auf sinnvolle Gegenstände setzen. Wenn ich beim Spieler bin und es mir anschaue, kann ich sagen, okay, ich will etwas für den Angriff. Mal sehen, welche Fähigkeit ich hier versuche zu bekommen. Ich versuche ultimativer Schatten zu erhalten, das ist mein Ziel. Also, wenn ich nach dem Aspekt suche, könnte ich versuchen, ihn zu erwürfeln. Angenommen, ich benutze zwei Handschwerter oder ähnliche Waffen, könnte ich das hier machen und es würde mich 75 Wurf kosten. Oder ich könnte ein Einhandschwert wählen. Wenn ich dann einen Zauberstab benutze, wird er als Waffe betrachtet. Mit rein offensiven Eigenschaften und kostet mich nur 50. Mit all meinen gesparten, murmelnden Obolen kann ich mehr Würfe machen, was mir mehr Chancen gibt, den gewünschten Aspekt zu erhalten. Und es ist gezielt, weil ich den Gegenstand auswähle. Das gleiche gilt für Verteidigung. Wenn du Rüstung wählst, ist das meistens der Fall. Hilfsmittel können auf verschiedenen Gegenständen auftreten, wie Stiefeln, Helmen, Schilden, Handschuhen, Amuletten. Ressourcenfähigkeiten sind in der Regel auf Ringen zu finden. Wenn man also weiß, was diese sind, werde ich hier eine Übersicht einfügen, damit ihr die Aufteilung sehen könnt. Nummer 13 zerlegt legendäre Gegenstände. Wie machst du das so schnell wie möglich? Nun, du kannst das einzeln machen und musst einer kleinen Aufforderung zustimmen und das alles immer wieder für jeden Gegenstand, den du möchtest, durchführen. Aber wenn du dein Inventar aufräumst und viel Platz schaffen möchtest, und es gibt eine Menge legendärer Gegenstände, die du nicht behalten möchtest. Oder du hast einfach einige verrückte Beutezüge gemacht, bei denen du auf einmal eine Menge verdammter legendärer Gegenstände bekommst und du sie einfach so schnell wie möglich loswerden musst. Der einfache Weg, das mit einem Klick zu erledigen, besteht im Allgemeinen darin, zuerst alles, was du zerstören möchtest, als Schrott zu markieren. Dann gehst du zum Schmied und klickst einfach auf Schrott zerlegen und alles wird mit einem Klick erledigt. Spart dir eine Menge Zeit. Das bringt mich zu Punkt 14. Zu Beginn meiner Spielzeit habe ich das wahrscheinlich vernachlässigt. Obwohl ich ein paar Mal bis auf Level 100 gespielt habe, habe ich das nicht wirklich genutzt. Es ist jedoch äußerst wertvoll, da es darum geht, tiefere Informationen über einen Gegenstand zu erhalten. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, haben wir zwar unsere Statistiken, aber es fehlen zusätzliche Informationen. Die Metainformationen wie... Nun, bei diesem Plus von 20 auf alle Werte. Was könnte das bedeuten? Ist das ein wirklich guter Wurf? Oder könnte es bis zu 30 gehen und ich verpasse etwas und sollte vielleicht neu würfeln? Oder diese Bewegungsgeschwindigkeit? Ist 25,5 der Höchstwert? Ich denke, hier sind es tatsächlich 27. Bei einem hochstufigen Gegenstand. Aber wie groß ist der Bereich? Denn mit der Änderung des Gegenstand-Levels ändert sich auch dieser Bereich. Wenn du das nicht hast, gehe schnell in die Optionen, wähle Spielablauf und klicke auf Erweiterte Tooltip-Informationen. Wir speichern die Änderungen. Zurück in der Tasche siehst du nun die angezeigten Bereiche. Hier sind sie. Die Werte für Plus 20 von 15 bis 27. Ich verzichte auf sieben mögliche Punkte und kann mir jeden Gegenstand anschauen, was mir hilft, die Wurfqualität zu beurteilen. Selbst im Bereich des Gegenstands-Levels ist dies wichtig. Nummer 15. Eine Sicherungskopie deiner Schlüsselaspekte haben. Wenn du planst zu laufen, ist dies entscheidend. In diesem Build nutze ich Ancestral Charge, was für mich sehr wichtig ist. Ich werde das ganze Spiel nach guten Würfen Ausschau halten. Einen perfekten Wurf werde ich nicht sofort verwenden, sondern für mein Endbild aufsparen. Auch eine zweite Kopie behalte ich für den Fall eines weiteren perfekten Wurfs. Aktuell liege ich bei 60%. Zwischen 40 und 60. Ich habe eine 60. Also wenn ich noch eine 60 bekomme, nehme ich natürlich eine Zweihandwaffe. Und wenn ich irgendwo einen weiteren perfekten Wurf erziele, behalte ich auch diesen. Wenn ich also noch nicht im Endgame bin und zwei Perfekte habe, kann ich auf etwa 860 springen, was ziemlich früh in deiner Weltstufe 4 ist. Da kannst du ziemlich saubere 68er mit den gewünschten Affixen bekommen. Dann werde ich eine weitere Kopie für meine 9,25 haben. Und dann behalte ich vielleicht noch eine andere Kopie, die vielleicht 60% bis 80% des Maximalwerts erreicht. Das gibt mir einfach eine Absicherung, falls etwas schief geht. Angenommen, ich bekomme diese 925, würfle den perfekten Wert darauf und erhalte etwas wirklich Großartiges wie den perfekten Gegenstand. So habe ich zumindest etwas zum Anlegen, während ich herausfinde, wie ich auch den perfekten Wurf erziele. Das führt uns zum letzten Punkt. 925er sind der Schlüssel zu deinem Endgame-Build. Sie sind entscheidend. Wie bereits erwähnt, können wir sie erhalten, indem wir massenhaft gegen Duriel kämpfen. Den Boss immer wieder besiegen. Er lässt 925 fallen. Der einzige Boss, der das konsequent tut. Es gibt einen einfacheren Weg. Je stärker du wirst, desto höhere Albtraum-Dungeons kannst du meistern. Also pass auf. Wenn du in den Albtraum-Dungeons aufsteigst, wirst du ab einem gewissen Level konstant 925er droppen. Merk dir diesen frühen Anhaltspunkt. Du musst nicht bis an 100 gehen, um das zu schaffen. Ich denke, es ist früh, so in den 50ern, da kannst du anfangen, 50er zu laufen, die viel einfacher sind als 100. Und sie quasi durchzukämmen, um diese seltenen 925er-Drops zu bekommen und deine Ausrüstung wirklich aufzumerksen. Damit kommen wir zum allerletzten Punkt, den ich mit euch teilen möchte. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst mich euch tatsächlich dorthin bringen und es zeigen. Denn es ist einfach so genial, wie sehr das hilft. Oft bereiten wir uns auf die nächste Saison vor und wir haben etwas Leerlauf, während wir darauf warten, dass sie wirklich startet. Also, was ich mache ist, ich schaue bei MaxRollBingCG vorbei und das ist eine von vielen Seiten, die das anbieten. Aber ich wollte euch das direkt zeigen, wenn ihr in Diablo reingeht. Jetzt, wo wir in Diablo sind, kommen wir hierher und da gibt es den D4 Planner. Wenn wir hier reingehen, worauf wir schauen, ist, dass ihr die Möglichkeit habt, hier reinzukommen, eure Klasse auszuwählen und ihr könnt anfangen, mit den verschiedenen Dingen herumzuspielen, die für den Build relevant sind. Welche Fähigkeiten haben deine Skelettkrieger? Das steht hier unten. Aber das Wichtigste für mich ist, die Ausrüstung zu sehen. Angenommen, ich möchte die verfügbaren Waffen sehen. Ich das sind alle möglichen Waffen. Und es zeigt mir auch die impliziten Werte für jede dieser Waffen. Also das da oben. Das ist nicht einer der Affixe. Das ist der implizite Wert. So wird jeder Gegenstand dieses Typs das haben. Hier ist der implizite Wert für kritischen Trefferschaden. Es gibt auch andere Statistiken. Und wenn du weiter nach unten gehst, Leben pro Kill, das ist der implizite Wert. Also denke ich, okay, was werde ich tun? Wahrscheinlich will ich die Chance auf einen Glückstreffer erhöhen. Ich werde mir eine aussuchen. Das ist schon implizit vorhanden. Jetzt kannst du durchgehen und jeden der Affixe hinzufügen und anfangen zu sehen, was du wirklich würfeln willst. Entscheide dich für deine vier. Was eine gute Idee ist. Das Wichtigste, was ich mache, ist, dass ich hier reinkomme und mir die legendären Aspekte anschaue. Auch wenn ich nicht im Spiel warte, dass etwas droppt und dann versuche, es herauszufinden, kann ich sozusagen kommen und schauen, was ich denke, was tatsächlich mit dem Build funktionieren würde. Jetzt kannst du auch den Paragon-Fertigkeitenbaum nutzen, alles machen und speichern. Vielleicht stehst du vor verschiedenen Instanzen oder der Wahl zwischen zwei Klassen oder Buildarten. Das ermöglicht es dir, Feedback zu erhalten, wie sich Änderungen auswirken und was dein Build leisten kann. So sparst du Zeit, indem du weißt, wie du deinen Build entwickeln möchtest und im Spiel Entscheidungen triffst. Wenn dir diese 16 Tipps gefallen haben, verpasse nicht dieses Video mit fünf fortgeschrittenen Tipps für Diablo Raifo.